Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe den Tag mit 2,9 Millionen gestartet, lief am Anfang gar nicht gut, habe keine Hände gekriegt, war absolut Karten-tot, dann bin ich mit Tupé in den Zett reingerannt. Dann hatte ich irgendwann noch vier Big Blinds, konnte dann mit 10 Acht gegen König wieder aufdoppeln. War auf dem TV-Tisch, war sehr aufregend. Und ja, da habe ich ein neues Tischee gekriegt, da lief es dann ganz gut, habe 2 All-Ins gewonnen, war dann wieder hoch auf 2 Millionen, dann wieder runter auf 1 Millionen, dann wieder mit Tupé in den Flasch, war ich wieder Short, dann wieder mit 6 hängen in den Damen gewonnen, dann kamen die 6. Ja, jetzt in der letzten Hand, ja, jemand will klauen, ich habe Dame 10 am Button, ich stelle rein, hat Ruben schon wieder. Heute haben die Buben mich komplett gekillt, ja, haben leider keine Hilfe dieses Mal geschaut, ich werde 150. Ich bin absolut zufrieden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, so viele Erlebnisse und Highlights zu sagen, war unfassbar.